Ich zeig mal dein Ding jetzt. Wow! Sarah und Tyler. Heißt du Tyler? Wirklich? Wie alt bist du denn? Den! Und du kannst singen? Und du willst das auch jetzt hier? Ist dir das nicht zu groß? So. So. Gib mal her und legen das mal kurz hin. Ist okay, ich mach's so. Tyler und ich hätten ein Duett, wenn mein Tyler das wüsste. Cool, ein Pulli hast du auch an. Sehr schöner Pullover. Gibt's von einer Merchandise in Stand. Du weißt, dass es nicht Tony Stark ist von den Avengers, sondern mein Stark, ne? Als ich die Infini geschaut habe, habe sie gesagt, oh cool, du hast einen Tony Stark Pullover. Ich so, nee. Hallo? Wie? Aber sehr schön. Jetzt hast du zu ihren Augen. Oh mein Gott. So, Tyler. Here we go. Power! Mit all deinen Farben und deinen Namen in deinen Augen. Ja, ich bin ich. Lass dir nicht sagen. Nein, lass dir nicht sagen. Weißt du denn gar nicht? In gerade noch einen Ginsberg ein få. In unsereen Freizeitual. Woieli gibt es nur noch 3-0-0-0-0-4-0-0-4-0-0-0-3-0-0-0-4-0-0. In je受 freunden, wenn mein Leider nicht wünscht zu den premissen oder für Gott sei es, Dankeschön!